Hi, ich bin die Anne, Anne Theke aus Berlin und ich bin Fitnesstrainer, Mentalcoach und Freeletics-Ambassador. Ich habe mein T1 jetzt ca. 6 Wochen und meine Erfahrungen damit sind durchgehend positiv. Ich habe am Anfang, als ich ihn umgelegt habe, so ein wärmendes, leichtes Gefühl gehabt. Dann hat sich das so ein bisschen reguliert und was ich merke ist, dass ich einen strukturierteren Tagesablauf habe, dass ich mich besser konzentrieren kann, dass ich leistungsfähiger bin bei den Trainings, bei meinen eigenen Trainings, als auch bei den Trainings, die ich gebe. Ich bin gerade jetzt, wo die kalte Jahreszeit anfängt, stärker im Immunsystem. Ist komisch, ist aber so. Und ich schaffe mehr. Ich schaffe mehr am Tag. Und was ich ganz, ganz erstaunlich finde, ist, dass ich auch strukturierter in meinen Gedanken bin, so dass ich besser formulieren kann, was ich überhaupt möchte, meine Ziele auch mehr vor Augen habe und die auch noch besser verfolge. Ja, so. Das sind meine ersten Berichte für den T1. Ich bin so glücklich. Ich werde ihn nie mehr ablegen. Ich bin gespannt auf das alles, was da noch kommt. Ich bin einfach mal beim Träten. Ich bin einfach mal. Vielen Dank.